Ich kenne andere Länder und andere Leute. Ich kann junge Leute unterstützen. Wir versuchen, allen zu zeigen, wie viel unser Beruf geben kann und wie das Ganze so abläuft. Heute habe ich etwas Wasser in die Augen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gesehen, Dominik arbeiten, weil das ist der langen Weg. Wir haben nie gewusst, ob das stattfindet oder nicht. Es ist natürlich sehr emotional für mich als Arbeitsgeber zu sehen, dass wir die Chance haben, bei uns so eine Junge zu haben, welche jetzt messen wir mit der Beste der Welt. Das ist einfach schön. So ein riesen Stein ab dem Herz. Es war eine lange Zeit für alle die Teilnehmer. Ich bin überglücklich. Es ist durch. Ich hatte das Beste im Wettkampf. Es ist das Ergebnis meiner Arbeit, die ich geleistet habe über die längere Zeit, die wir hatten. Ich bin überglücklich. Es hat jetzt gelangt für eine Medaille. Vielen Dank!